hallo ihr lieben und willkommen zum wochenimpuls für die woche vom 25 bis zum 31 dezember ja was kommt in dieser woche klar wir haben weihnachten 25 wir haben einen wechsel in der mayerwelle wir haben einen vollmond wir haben einen portal tag beziehungsweise zwei portal tage und wir haben silvester also eine ganze menge ein wandel das alte jahr geht zu ende wir haben eine woche voller raunächte es ist allerhand da das hier kommt und es wird wichtig ja ich habe hier karten decks für uns ausgewählt die liegen hier unten ihr seht die nicht die ganze reihe die hat irgendwie nicht komplett aus bild gepasst aber ich bin schon sehr gespannt denn diese karten wollten kommen diese karten decks was sich da zeigt was da auf uns zukommt in dieser woche eben einmal eben mit der neuen mayerwelle aber da bekommt ihr ja ein separates video dazu und informationen dann eben mit dem vollmond und den raunächten also das wird echt spannend das erste karten deck dass man noch nicht sieht was ich hier habe das ist die past life karten die wollten unbedingt dazu heißt natürlich für uns auch in den raunächten das sind hier die schleier etwas dünner zu der anderen welt aber eben auch zu den energien aus unseren früheren leben was da hervorkommt das ist generell da aber das ist dann noch intensiv spürbarer wenn eben diese schleier so dünn sind und deswegen holen wir hier die ersten karten und schauen was da kommt wir werden von jedem karten deck zwei karten holen und starten hier und hier haben wir die erste karte schon gucken was weiterkommt da wollen sogar zwei karten kommen dann machen wir mal hier miteinander und starten mal mit diesem ersten karten und schauen wo es hingeht also ich bin sehr sehr gespannt was in dieser zeit auf uns zukommt das weisenkind oha das weisenkind das weisenkind und ich glaube das kann jeder nachvollziehen der auch kein weisenkind im hier und jetzt war das als weisenkind da immer so ein gefühl da ist dass man nicht vollständig ist man weiß nicht wer die eltern sind man fühlt sich gewissermaßen einsam und wenn das kommt zeigt das natürlich auch dass hier viele viele emotionen hochkommen und diese emotionen wollen angeschaut werden ein klassiker zu den raunächten also ich finde es sehr sehr passend und sehr sehr gut auch dass das kommt denn das bedeutet für uns wir sollen genauer hinschauen schauen wir uns diese zwei karten an die hier zusammengekommen sind wir haben einmal ägypten und wir haben ja das schreiben ägypten ist eine energie die uns sagt dass es um leben geht die wir früher in ägypten hinter uns gebracht haben dass es aber auch sein kann bei dem ein oder anderen dass hier ägypten so anklopft dass man eine urlaubsreise buchen möchte und etwas spezielles und wir haben noch das schreiben also das ist eine so spannende energie denn diese energien die zeigen sich auch dass alles was über die raunächte kommt niedergeschrieben werden möchte ich weiß dass die träume wichtig sind und ich weiß dass viele von euch das auch wissen die träume in den raunächten geben uns ja informationen zum neuen jahr sprich es geht eben um den jeweiligen monat es geht darum was kommt da ich weiß auch dass ganz oft der input kommt ja ich kann mir das doch alles gar nicht merken ich werde wach und ich muss mir das ganz schnell merken die meisten von euch und das als kleinen tipp nehmen ihr handy mit ans bett jedes handy hat eine sprach memo funktion nimm das einfach in der nacht auf wenn du wach wirst ganz kurz mit den eigenen worten und dann erinnerst du dich auch am nächsten morgen in ruhe oder am morgen wenn du das auch aufnimmst in den ersten momenten wo du wach bist und das dann bleibt das da und du kannst dir das selber in ruhe noch mal anhören du kannst das setzen lassen da kommen wichtige informationen für uns und wie gesagt es geht eben auch um die emotionen gefühlt des weisen kindes dass du merkst da kommt etwas hoch dieses einsam fühlen verlassen fühlen setzt sich mit auseinander es wird wichtig und wir das nächste kartendeck hier zwei karten wollte ich ja ursprünglich auch schon beim ersten schauen wir was hier kommt da haben wir die erste karte und da kommt schon die zweite karte da bleibt es wohl bei zwei karten sehr gut schauen wir der weg des ritters für wirkliche deine träume ich habe es so oft schon gesagt in letzter zeit ich traue mich schon gar nicht mehr es noch mal zu wiederholen der weg des ritters verwirklich deine träume 2024 das jahr träume umzusetzen ich habe es mit dem wünsche ritual angesprochen für die rauhnächte das 13 wünsche ritual vielleicht möchtest du es klassisch machen vielleicht aber auch hast du es bei meinem wintersonnenwende reading gehört es mal anders zu machen dass du wirklich die zwölf wünsche die du die du ziehst in den rauhnächten dass das die sind die du angehen sollst und den 13 nur verbrennst und ans universum abgibst ich weiß das rumort erstmal im bauch und man denkt so mein gott aber auch ich werde es so tun weil ich es einfach schön finde und es passt zu dem jahr der wünsche wünsche umsetzen und ich habe ja im wintersonnenwende reading das schon angesprochen mit meinem wunsch der vom let von den letzten drei nächten übrig geblieben ist der anders erfüllt wurde aber sowas von über erfüllt und ich finde das einfach super super schön was da passieren kann und möchte euch das als anregung mitgeben also wir verwirklichen unsere träume wir fangen an zumindest und dann haben wir unter pentagon herrsche mit liebe und mut in deinem königreich egal wie groß es ist du bist dafür verantwortlich das ist noch mal eine ergänzung zu dieser karte auch das finde ich super super passend super super schön denn es zeigt uns ja wir sind verantwortlich wir sind hier bei dem thema dass wir eben unsere wünsche unsere ziele umsetzen wollen du bist der könig die königin deines reiches du beherrschst hier mit demut mit gütigkeit dein leben und eben nach deinen regeln es geht ganz klar nach deinen regeln und das ist ein sehr sehr wichtiger punkt und gut dass das hier noch mal über die karten kommt und uns auffordert dass wir eben ja genau diesen weg des ritters nach unseren regeln gehen und das passt absolut schauen wir weiter holen wir die nächsten karten dazu auch hier aus diesem kartendeck holen wir uns zwei karten hoch die kommt die erste regelrecht geschossen schauen wir auf die zweite karte und da ist sie schon so dein hier sein hat einen sinn ja das das unterstreiche ich sofort bei jedem von uns wir haben aufträge wir haben einen lebenssinn wir wir sollen etwas tun für uns und jetzt bekommen wir den hinweis dein hier sein hat einen sinn vielleicht hast du manchmal das gefühl dass eben manche dinge ja du gar nicht mehr weißt du es hingehen soll und jetzt bekommst du die klare botschaft ja es hat seinen sinn auch wenn du es noch nicht siehst auch wenn es noch nicht so deutlich ist lass dich einfach auch ein bisschen überraschen vom universum und dann ja dann vergib dir uns selber vergeben es gibt momente im leben und ich glaube das hat ein jeder von uns wo wir noch dinge im kopf haben wo wir hängen und uns vorwürfe machen das wird es immer geben ja aber es gilt darum sich selber zu vergeben weil man das sonst endlos mit sich herumschleppt und ganz klar ist du hast so entschieden du bist diesen weg gegangen jetzt gehört auch das dazu wurde dir vergeben sollst wärst du anders gegangen hättest du andere fehler gemacht oder vermeidliche fehler weil was sind denn fehler es sind lernaufgaben es sind erkenntnisse und das darf dir bewusst werden sehr sehr schön schauen wir weiter das nächste kartendeck auch hier holen wir uns zwei karten da haben wir die erste und da kommt die zweite karte schauen wir auch hier lebendigkeit das ist schön schaut mal die lebendigkeit kommt jetzt auf das weisen kind hier so ein bisschen oben drauf heißt natürlich auch wenn gewisse schmerzpunkte da sind und wir haben ja das weisen kind hier aus einem speziellen grund mitbekommen geht es für uns darum dass wir wieder in die lebendigkeit kommen also bei allem schmerz der hoch kommt öffne dein herz erkenne das leben ist zauberhaft und hole dich aus so einem tief wieder hervor und mache schöne dinge und darum geht es eben dann 2024 wir sind ja hier in den letzten tagen von 2023 das heißt auch altes hinter dir lassen verabschieden um dich auszurichten für die lebendigkeit für das neue und dann nimmt dein herz an spüre und fühle in dein herz hinein und schaue was sind denn da ja für regungen all die wünsche die du hast spiel auch das ist schön sehr schön jetzt haben wir die lebendigkeit gehabt jetzt kommt das spiel ich muss gerade an einen werbeslogan denken ich glaube das kennt jeder von uns für gewisse nasch aktivitäten für kinder und ich glaube jeder von uns hat es sofort im kopf und ja darum geht es spiel spaß und auch überraschung lebendigkeit freude haben all diese dinge und da werden wir aufgefordert dahin zu schauen wo wieder lebendigkeit freude und spiel und spaß in unser leben hinein treten darf also richtig richtig schön schauen wir auf die nächsten karten und da geht es dann auch tatsächlich gleich ein bisschen ans eingemachte denn da geht es auch um unser jeder das kommt aus dem lebens orakel diese karten und das sind botschaften die in der regel ganz ganz tief mit uns selber zu tun haben und da geht es schon weiter blumen der umgang mit blumen öffnet dein herz und mit dieser lebensaufgabe bringst du anderen menschen segen blumen öffnen dein herz herz die herzenswünsche und du bringst anderen menschen segen damit das heißt je mehr du in deine herzenswünsche gehst je mehr gehst du in deine lebensaufgabe je mehr gehst du dahin anderen menschen zu begegnen und auch dort impulse zu setzen also eine wunder wunderschöne botschaft berufswechsel du beginnst eine neue karriere die dir freude und fülle bringt die du ersehnst und verdienst also nicht alle von uns werden dem beruf wechsel aber diese berufswechsel karte lässt tief blicken denn gehen wir erst mal auf die dies tatsächlich so intensiv betrifft mit dem berufswechsel vielleicht hast du zum jahresende deinen job gekündigt und dann sagt diese karte dir eben ja da kommt etwas neues für dich etwas richtiges und du wirst merken in welche richtung das gehen kann und gehen darf es geht jetzt eben um deine gefühle deine gefühle zu dir selber zu stehen wenn du den beruf wechseln möchtest dann ist jetzt der absolut richtige zeitpunkt für alle anderen die jetzt nicht aktiv unbedingt den job wechseln geht es aber auch darum dass man jetzt hier tatsächlich eine veränderung bringt eine veränderung das kann auch in finanzen sein in verschiedenen aspekten die man hat und eben ganz ganz wichtig dass man sich darauf konzentriert über die positiven möglichkeiten nicht auf all das negative und sich das her zieht sondern dass man auf die positiven dinge geht und sagt mensch was möchte ich erreichen was ist mein ziel wo soll es hingehen und genau das das ist jetzt hier wichtig und ja das soll es hingehen schauen wir weiter nehmen wir die nächsten karten auch hier holen wir uns zwei karten wir sind bei der liegenden acht und die liegende acht gibt uns auch informationen und da kommt schon die zweite karte der liegenden acht so schauen wir es uns an nährende natur die nährende energie der natur umgibt mich sie fließt durch mich hindurch und verbindet mich mit der ganzen schöpfung natur und raunechte das gehört zusammen und raunechte haben wir in dieser woche also die nährende natur schau was da alles auf dich zukommt dann haben wir die lebenskraft wie die lemnis karte unaufhörlich schwingt so stroh strömt unbändige lebenskraft in jede einzelne meiner zellen und jetzt schaut mal wir haben hier einen grünton für heilung und hier haben wir so eine feuerkraft heißt natürlich auch du gehst durch einen heilungsprozess einen wandlungsprozess hin in deine lebenskraft in deine herzenswünsche und ich wiederhole es doch noch 85 mal bis es auch bei jedem angekommen ist dass wir eben in eine neue zeitrechnung gehen in eine wunderbare zeit und ja wir öffnen unsere herzen wir öffnen unsere lebenskraft und wandeln viel viel in uns selber schauen wir weiter das nächste kartendeck was hier noch an informationen kommt die erste karte kommt schon im großen schwung und die zweite kommt genauso schnell auch das ist schön gucken wir was sich hier zeigt wir haben zeus du bist mächtig und selbstsicher nimm deine aufgabe an und du wirst erfolgreich sein es geht um unsere aufgabe wir haben einen sinn in dem der weg des ritters aber auch alte emotionen wir gehen in wandlung veränderung wir gehen in lebendigkeit und in spiel also richtig richtig schön und auch mutmachend die seelensphäre die seelensphäre sirius entfaltet die freude am erforschen und experimentieren in dir etwas neues wird in dein leben treten also die ausrichtung auf neues auf veränderung die klopft so intensiv an das ist richtig richtig schön ja wir haben die letzten karten die crystal of serious basic cards und schauen wir auch hier hier möchte ich fünf karten für uns ziehen was das ganze noch ergänzt da kommt die erste karte huch seht ihr da schubst es schon an dem den wechsel im beruf es passt ja wunderbar es wird angeschoben also passiert nichts ohne grund die veränderung ist da schauen wir weiter so die vierte karte und dann holen wir noch die letzte karte dazu und da ist sie die letzte karte schauen wir geheimnisse geheimnisse die karte geheimnisse sagt uns natürlich ganz klar es ist etwas tief in uns es sind dinge die sich noch nicht ganz offenbaren aber das passt natürlich auch wenn wir unseren weg hier anfangen zu gehen jeder kennt das der auch eine urlaubsreise macht da kann man nicht alles planen also da kommen auch dinge die anders sind als man denkt auf einen zu und das das gehört hier natürlich dazu wir haben hier die gefühle das herz auf der einen seite steht diese karte sehr sehr intensiv für die liebe aber wir haben jetzt auch die herzensthematik so oft gehabt hier im kartendeck im karten reading sorry das passt es geht um die herzen also das sind um das herz es geht noch um geheimnisse die tief in uns schlummern also mach dir wirklich bewusst was du dir wünschst für das wünsche orakel für die raunechte und bei der erfüllung da wird es sicherlich auch noch das ein oder andere an geheimnissen geben und diese geheimnisse die werden sich offenbaren mittelfristig das heißt es geht um drei monate und wenn wir schauen drei monate dann sind wir natürlich jetzt sind wir dezember dann gehen wir richtung märz und richtung ende märz also so das erste quartal um zu sehen was passiert da und wenn ich so auf den kalender schaue wo stehen wir denn ende märz ja da haben wir die erste reihe hinter uns mit zehn portal tagen 20 zentrumstagen und nochmal zehn portal tagen da sind wir dann durch und ja ich glaube das zeigt uns dass eben das frühjahr sehr sehr intensiv wird also früher meine ich damit januar bis märz das ist winter und früher pi mal daumen würde ich sagen wir nehmen hier als meilenstein die frühlingstag und nachtgleiche bis dahin wird einiges klarer werden deutlicher werden kurzfristig kommt auch noch dazu also wir haben jetzt hier noch einen zweiten meilenstein kurzfristig ist ein monat da sind wir dann ende januar da sind wir durch die heilwelle im maya kalender durch zeigt uns eben auch da sind wir ja schon ein bisschen in der ersten energie also dieser zweite meilenstein der führt uns eben dahin wo wir erkennen es ist wichtig und gleichzeitig ist so ende januar kurz bevor eben dieser zeitraum der hier eben die zehn portal tage 20 zentrumstagen zehn portal tage beinhaltet kurz bevor also jetzt haben wir hier einmal danach einmal davor zeigt uns dieser zeitraum wird immens wichtig für uns alle wir haben den reifen mann das heißt natürlich dass hier ein reifer mann maßgeblich an dieser entwicklung mit beteiligt ist ein wichtiger punkt ist vielleicht in unser leben tritt vielleicht aber eben auch impulse setzt und nachdem das ja ein kollektives reading ist oder für mehr von uns gilt gebe ich euch auch alle eventualitäten mit und wenn man das jetzt sieht auch und das finde ich jetzt auch sehr sehr schön wir haben den berufswechsel wenn du gekündigt hast zum jahresende hast eine kündigungszeit von vier wochen sind wir natürlich bei ende januar auch das sieht man hier also und dann passiert natürlich bis ende märz eine ganze menge wenn wir hier nochmal noch tiefer gehen und auf das wünsche ritual eingehen haben wir ja die ersten drei monate des jahres wo wir schon erste wünsche umsetzen und auch das das wird echt spannend und interessant also ich freue mich schon riesig darauf was da auf uns zukommt und das wird ja ein interessanter abschluss ein interessantes ja ja ihr lieben wow spannende zeit für uns und viel was hier in bewegung ist für heute schicke ich euch wie immer ganz viel licht und liebe und in diesem sinne namaste